Und für Johannes Jungklausen war es nicht der vierte Titel, sondern der erste. Es war nämlich sein erstes Turnier bei einer Weltmeisterschaft im Team Deutschland. Heute wieder fit? Ja, geht. Es sind auch leichte Bläsuren, aber sonst geht's so weit. Was war das für ein Feiermarathon dann hinterher? Ja, es hat etwas gedauert, bis wir zum ersten Getränk gekommen sind. Aber dann, als wir dann in der Kabine waren, haben wir richtig losgelegt und dann ging es auch noch bis in die frühen Morgenstunden. Das war ja wirklich eine besondere WM. Also Nick hat es ja gerade eben auch schon angesprochen. Die SAP-Arena vor einer solchen Kulisse hatte auch noch keiner in der Art und Weise gespielt. Wie habt ihr das im Laufe dieses Turniers, also auf den verschiedenen Wettkampfstätten, dann auch wahrgenommen? Ja gut, am Anfang, als wir in der Vorrunde noch gespielt haben, war es für uns eine normale WM. Es war klar im eigenen Land. Viele Freunde waren immer da. Aber da war es noch halt oben im Stadion, im Rhein-Neckar-Stadion. Und als es dann in die SAP-Arena ging, hat sich so das ganze Bild so vom Feld-Faustball so ein bisschen geändert, weil auf einmal war das in der geschlossenen Halle, sauviele Menschen waren da und es war halt kein Tageslicht mehr da. Das war für mich fand ich, war das eben, es fühlt sich immer noch komisch an, auch wenn ich die ganzen TV-Bilder nochmal sehe, sieht es einfach komisch aus. Aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht, dort zu spielen. Da musst du vielleicht auch noch erklären, denn es gibt ja zwei Varianten vom Faustball, also einmal auch Hallen-Faustball, das wird dann allerdings auf Hallenbrunnen gespielt, in dem Fall war es Hallengefühl, aber auf Rasen. Der Rasen war aber dann auch nicht so, wie sonst draußen gewohnt, oder? Genau, also klar, wir haben ganz viele unterschiedliche Faustballplätze mit unterschiedlichen Rasen. Genau, wir hatten es uns schon so ein bisschen ausgemalt, wie es sein könnte in der SAP-Arena. Ich hätte mit einem wesentlich härteren Boden gerechnet, dass der Ball viel, viel besser springt. War jetzt leider nicht so oder war nicht so. Genau, der Rasen war sehr tief, dadurch ist der Ball teilweise nicht ganz so gut gesprungen. Aber ich glaube, wir haben uns da auf die Situation ganz gut drauf eingestellt und haben es dann auch ganz gut runtergespielt. Über das ganze Turnier, keinen einzigen Satz abgegeben, also souveräner geht es im Grunde genommen kaum. Kann man auf der einen Seite sagen, sensationell, Deutschland ist eine Faustballmacht, auf der anderen Seite wünscht man sich nicht auch irgendwie ein bisschen mehr Konkurrenz? Ja, also ich war jetzt das erste Mal dabei, für mich war das schon ein riesen Highlight. Klar, also mehr Konkurrenz oder dass irgendwann wieder das ganze Teilnehmerfeld enger zusammenrückt, wäre wünschenswert. Wir haben aber bei dieser, wir haben auch gesehen, dass das schon der Fall ist, auch die ganzen kleineren Nationen, die jetzt noch nicht so lange Faustball spielen, hat man gemerkt, dass das mittlerweile viel engere Spiele sind. Genau, dass einfach die Nationen sich mehr fürs Faustball auch begeistern können und auch mehr wollen. Und jetzt auch Österreich ist für mich ein Vorbild, was das angeht. Die probieren sehr, sehr viel. Hat jetzt bei der WM jetzt leider nicht gereicht, aber ich glaube, in Zukunft werden auch harte Matches auf uns zukommen, weil die wollen auf jeden Fall irgendwann auch mal den Titel in die Höhe strecken. Faustball ist jetzt definitiv wieder ein bisschen mehr in den Fokus von den Zuschauern auch gerutscht durch das Turnier. Ist eigentlich eine Randsportart, aber sie werden ja auch gefördert tatsächlich durch die Metropolregion Rhein-Neckar. Genau, ja, ich bin Mitglied des Spitzensportstipendiums von der Metropolregion Rhein-Neckar. Genau, läuft alles über die Uni und bin sehr dankbar dafür, weil das ermöglicht mir sau viel neben dem Studium noch die ganzen Trainingseinheiten und vor allem auch das Finanzielle, was ja bei uns im Sport nicht ganz so gegeben ist, das alles unter einen Hut zu bringen. Und wir konnten auch Anfang des Jahres, genau da war ich mit meiner Freundin zusammen, waren wir drei Wochen lang im Trainingslager Namibia und das wurde auch unterstützt durch die Metropolregion Rhein-Neckar. Starke Erlebnisse und wir drücken die Daumen, dass da noch einige dazukommen werden in der aktiven Faustball-Karriere. Johannes Jungklaassen, danke fürs Kommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017